So, ganz kurze Pause. Eingewickelte Dunkelgrüße und willkommen zurück hier. So, wie schön in die Decke eingekuschelt. Also ich überhaupt in der Decke sitze ist eigentlich schon Zeichen genug, dass mir nicht gut ist. Egal, ich habe nicht Dinge geändert, ich muss nur Dinge tun. Ich glaube aber, dass Pyra eigentlich im nächsten Kampf ja dabei ist, aber trotz alledem. Oh, Kopfschmerzen. Ich lasse mich jetzt anmerken, ist alles cool. Alles cool. Mal hier mit rein. Sprache nach Freude. Nein, ich kann schon noch. Ich will davon ein bisschen Kopfschmerzen nicht abhalten lassen, jetzt die letzten paar Spielminuten noch zu machen. Ach, come on. Da stehe ich doch drüber, sitzenderweise. Ach, Kurin. Lass mal die Kirche im Dorf. So schmutz das eigentlich nicht. Es sind nur ein bisschen Kopfschmerzen gerade und na ja. Erkältung halt. Es ist eine Erkältung. Es ist nicht die Pest. Ich bin hart im Nehmen. Es ist alles kein Problem. So, hier weiter hoch? Glaub ich ja. Man mag ja, entfernt sich irgendwie von mir. Aua. Okay. Wir haben jetzt Heimut erreicht, wo Husten Kopfschmerzen provoziert. Das liebe ich ja total. Aua. Noch weiter nach oben. Ah. Hey, look what I found. Hey, look what I found. Okay, cool. Okay, ich gestehe die Kopfschmerzen grad ziemlich immens. Aber hey. Ich teig doch ein Stück und dann sind's der Ruckzug weg. Der Tee ist alle, also gieße mir dann erstmal das Wasser in die Tasse. Sollte auch nicht so schlimm sein. Pop, 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 pop. Schmeckt bestimmt super lecker. Weil Wasser immer super lecker ist. Wer einen Hauf von Imonie raushört oder Lüge, der hat richtig gehört. Prost. Oh, Sequenzos. Ach, ekelhaftes Wasser. Ekelhaft, ach. Böser Akos. Böser Akos. Böser Akos. Böser Akos. Ich denke, wir sollten ihnen einen Finger oder was. Aber du weißt besser. Aber du weißt besser. Du weißt, was wir nachher, nicht wahr? Jyn. Ist er auch auf deiner Seite? Ich exist für seinen Vorteil. Das ist alles, was ich sagen werde. Wirklich? Nicht ohne Licht, bitte. Ich muss gegenangriffen starten, sonst wäre das nichts, Pyra. Wirklich? Wirklich? Ich bin okay. Aber Pyra ist einzigartig. Sie ist nahe, aber wirklich nahe. Wirklich nahe. Ich benutze nicht. Ich benutze nicht. Und ich lasse nicht, dass du es auch nicht benutzen kannst. Genau. Son of a. Wissen. Du weißt gut, dass du mit deinem Fahrzeugen machst. Ach. Es ist wie, dass du nicht wissen willst, wer du mit tun hast. Acht. Ach. 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 das ist ziemlich der schwerste kampf den ich am ersten durchgang des spiels überhaupt hatte deswegen hoffe ich sehr dass ich will die nacht getät denn dafür etwas ändern bitte kommen wir ins menü ich hoffe jetzt habe ich den typischen typen das ist ja nicht super eklig ich kann sich aus sich tauschen blöd okay alles dacht hier ist es läuft noch geht die haben in den vielen 20 sollte machbar sein eigentlich ich denke das ist machbar aber ich meine welches durchgerannt wird letztendlich letzte woche noch hatte dann wäre es die absolut ist geworden das kann ich glaube ich verraten das hier sollte funktionieren aber was die war es im turist die so bedienen genau und das ist ja ziemlich einfach aus da kann es auf dem echten spieler wenn du wirklich auch andere wird ist das finde ich nicht möglich weil ich sagen kann ich im ersten durch auf einer der wird war ich glaube ich auch sehr der gewissen alle gehörer habe ich ja doch kein plan kann aber im spielmechaniken so große jetzt und auch garantiert keine super krassen und blades gefahren vorher und machen und weiter gelandet das heißt es geht gerade dennoch nicht komplett einfach sehr gerade frage doch im rage muss wahrscheinlich wenn ich die jetzt halb tot habe ich bin mir nicht sicher ob das auch bei diesen bossen passiert ich glaube aber schon verdammt mein timing ist ja die gott ist verdammt auch nicht gut ich kann mich lang greifen stellt bevor ich mal schwank das ist nicht gebraucht er soll dass das dazu das gibt es auch nicht so verbrauchen super kann es auch gerade schieben lassen aha und welchen spieler nicht die ab oder das schweben lassen ja ich kann nicht machen ich bin in der fessel mag ich nicht so was wir wollen keine zwei greifen kommen wir uns hier los alter vater war noch den ein bisschen schon es gibt es auch noch so was ist ja nicht gut sagt und gespannt habe ich auf ein von beiden mit einer kette kalt zu machen wenn ich ganz krass bin kann ich versuchen muni geht das hat aber nicht hin beide kalt zu machen und sie doch ganz wissen leben haben dann schenkte gemacht aber ich glaube ich wechsle den gegner nicht bei den tüten also gibt es auch immer einen xp dafür echt wäre quatsch oh kette ist oh ok sequenz ist ja doof hm keine kette wie es aussieht und keine xp vor allem fies ahem 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 krass das viel will ich auch haben du bluffing nein rex waa 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 Lass Pyra alleine! Ist das nicht wahr? Wir wollen die Kraft des Aegis für uns selbst. Es ist Jyns Wunsch, alle Menschen aus der Welt zu entfernen. Finde ich gut, mach ich mit. Hat Jyn wirklich gesagt, das zu entfernen? Meine, meine. Aber sicherlich, du kennst dich besser als jeder. Du kennst, was die Menschen sind wirklich. Huh? Mia! Was machst du? Du hast gesehen, das Kapitel. Du hast gesehen, die Spiele, die Soldaten, die Soldaten. Alle gegründet werden, in die Mordern. Bordern, das macht dich nicht so, wirst du lachen? Every corner of the world ist defiled by such a vermin. Aber das ist nichts new. Sie haben nicht verändert, in 500 Jahre. Sie haben nicht so, wie es dir ist. Nein, das nur was nicht verändert ist, ist du. Vater hat uns nicht zu entfernen, die Innocenten Leben. Warum hat er uns gemacht, dann? Oh, das ist okay. Get real. Das ist das wir für. Das ist das, Descend auf die Welt und eliminieren diese Pests. Was? Ist das Power von den Blinden? Playtime ist vorbei. Let's end it. Akos! Oh! Poppy! How very noble. Next! Chopra! Bastards! Over here! Nia! Tora! Damn! Stop, Rex! It's no good! Aaaah! Rex! Ha! Hitting girls isn't as much fun. Malos, you're the icon of chivalry. Okay. Doch, doch. Game over jetzt, soll ich sagen. You're not getting her! An attack from the outside? Van Damme! Ah, the Lunk is back. But, that e-shooter won't help you. Even if you hit, it'll barely register. Bloody idiot! Think I don't know that?! I don't know that. I don't know that. You're ready, Rex! Another lesson for ya! Something else you could do with a blade! Au! Wow! What? Bastard?! He's channeling the energy from his weapon through his body! Klingt schmerzhaft! There! Nothing! Nothing! You can do! To stop this ether bone! Nothing at all! You can do it! It's a good one! You can do it! I can do it! I can do it! I can do it! Wadam! Move it! Take Pyra and scram, kid! I can't, I can't just leave you here. Rex, don't go dying on me here. You gotta make it! You gotta get away from here now! Live! Live for her! You gotta make it to Elysium! I won't allow it! Give it up! Just go, Rex! Remember to fight your war! Wirst du spät zum Weglaufen, würde ich sagen. Tja, das ist dann unser Rock. Zurück zum Camp ist halt. Oh please. What a Klischee. Jaaaaah! Rex? Aaaaaah! You're gonna pay for this! For fandom! Dann wiederum klicken wir uns selbst abhauen von allen Gesprächen. Oh yeah, Power Ranger, Sailor Moon, Transformation. Hey, Idiot, look out! Ah, diese Musik ist ja voll episch gerade. Oh, okay. Okay. Now focus, you need to focus or I can't transfer my power. No, it can't be. My powers are useless? Where is that energy coming from? Wake up, she's not drawing from the ether, it's something else. Not ether? Mithra! Looking good! Things are heating up! Let's do it! Hey, 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 hey. What is this? It's called foresight. I don't... A prediction of what will happen in the immediate future. Ich hab so ein Dijavü. I need their movements to find an opening. Then counter. I get it. How did he dodge that? Who cares how? Just get them! Firefight! Firefight! Piece of cake! You little... There's no way. There's no way to break their link. I don't think we're gonna beat them. This is it. The true power of the Aegis. Oh, yeah. Takes me back. I've waited so long to see it again. Mithra, welcome back! Und jetzt... Auf die Fresse, Teil 2. Ey, diese Sequenz ist so abartig lang, das ist Wahnsinn. Boah... Aber krass sind sie trotzdem. So, das ist aber Mithra! Yeah! Ähm... Ja, das ist cool, ähm... Fertig. Okay, oi oi oi. Ich mag auch mal, jetzt an dem Fall, sehr schön. Wer ist nicht wieder voll drauf, das ist sehr, sehr gut. Piu! Piu! Ich sehe euch an die Leiche attacken. Nicht gleich das Mithra mit Mithra. Aber, äh... Ich hab das, äh... Lichtelement. Kein, äh... Feuermär. Ja. So ist das. Photonenschuss aktiviert. Zack. Ah, toll. Ich hab kein, äh... Elektro mehr. Egal. Ich hab das. So fixe Level 2 von Foto hinkriegen. Schau mal auf. Knapp ein, was geht noch. Schauen. Wird sehr knapp. Verdammt, verpasst. Oh ja, geht. Sehr schön. Geschafft. Geil. Zweite Stufe. Aktiviert. Stirbt Akos. Erstmal rein. EASTERливon, Stil, Step Hadi7, Aijaajaja... Explosion über E1 Por Chirbitpedodiafe. Tief seien musik. Total betrieben. Ähm, ich würde ganz gern... Nia, was da? Sie wird点 wegweich. Machen wir doch so lange diesen hier. für die bonus xp nicht wahr so ein bisschen was du drauf hast oh ja komplette vernichtung so soll es sein damit action ist so geil die mucke ist einfach einfach atemberaub mega geil kann ich anders sagen dass hier vielleicht achtet auf eine kette ja u2 6p für mich weiß ich glaube ich habe die wacke sind die an die schwerter die mann jahren gefunden ich bin ja trotzdem immer noch versteht kämpfer also klar gleicher zacken ich bin ja für größer malos ja noch mal gibt es richtig bekommen wir schauen das ist noch weit zu groß nämlich draußen wie sie was sollen das mag egal das wird nicht gerade das mal kippe machen ich glaube es wird nicht so nichts ich habe vorher gerade im team wobei vorher vorher auch das ich musste hoffen, dass Nia jetzt fix auflebt dann muss man auch hingegen mit super attacke doch noch mal aber nicht schlecht aus gerade zwei sachen aufladen jetzt noch ein ok ok aber vielleicht zu ende ich denke das hat sie gegessen das verpasst leider aber nicht weitermachen nächster versuch natürlich auch ja was wir haben weil jetzt der zweite attacke nicht nur folge auf wasser haben kann kann sie auch zu wachsen besser wechseln die kai ich habe da leider wenig verfolge darüber das würde natürlich jetzt nicht den fahrt zur lichtattacke öffnen da ist er tot aber wir schaffen sich mit den anders bald und bald gefolgt das wird nichts mehr sehr schade verloren weiter auch noch etwas schaffer ist die mut zu werfen ganz knapp kommst du balken schneller 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 hat sie erledigt sehr schade ich bin ja ich habe 1000 3 bekommen aber es ist okay aber natürlich 3.000 besser gewesen wären naja zu jammern die erkenntnisse kaputt ist ganz tot das ist ein leichter ich sagen ja ich kann nicht so viel wie der driver ein arsch ist also wie so ein hund der falsch abgerichtet wurde sorry ehrlich truly sorry gerade das wollte ich nicht und Kapitel 3 Schlacht beendet Tja, jetzt noch eine Anfangssequenz und dann sind wir durch heute und dann müsste ich meine drei Blades auch gleich kriegen hoffe ich jedenfalls ich hoffe es ist erst irgendwann passiert in Kapitel 4 aber es müsste eigentlich jetzt passieren Daumen drücken, sonst muss ich noch länger spielen, das schaffe ich heute aber nicht mehr also ich mache gleich Ende, Kapitel 4 Kapitel 4 Kapitel 4 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 יך dziękuję про it? Untertitelung des ZDF, 2020 Für jetzt, wir haben ihn nur gegräte, um ihn zu tun, um ihn zu tun. Du bist richtig. Ich werde keine Worte vergessen, Van Damme. Ever. Ich werde meine eigene Worte mit Pyra kämpfen. Pyra? Tja, tja, tja. Jetzt wissen wir auch, warum er nur eine Klinge auslösen konnte, ne? Hm. Du bist okay? Ja. Gut. Ich bin Angst, dass du nicht möchtest. Wake up. Pyra. Du weißt, was ich zu fragen? Die Sache, die gestern gab es gestern, hast du dich Mithra genannt? Was? Ich bin... Ich möchte das auch hören. Das Power, das war nicht normal. Ist das das richtige Power des Aegis? Tja. Ich denke, du hattest immer eine Erklärung. Es war ziemlich verrückt. Tora möchte auch wissen, dass Pyra sehr stark war. Warum so stark? Ha? Nein, nein, nein. Nicht die Frau pressieren. Na, der ist es nicht so stark. Na, nein. Na, nein. Na, nein, nein. Na, nein. Na, nein. Na, nein. 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 Warum hast du mich erwischt? Was? Ich wollte mich nicht erwischt. Ich wollte mich nicht zurückkommen. Ich habe alles für sie, damit ich nicht mehr muss, diese Kraft wiederholfen. Aber dann hast du mich erwischt. W-w-woke you up? Wenn du nicht so gut gewesen wärst, dann würde das nichts passieren. Ich hätte nicht mehr müssen, diese Kraft! Hast du nicht gehört, FanDame? Er hat dir gesagt, dass du zurückkriegst! Er hat dir gesagt, dass du zu fliegenst! Aber du musst dich nur aufbauen, Idiot! Schau mal uns jetzt! Du! Du hast wirklich verletzt. Du musst mich nicht sagen. Ich weiß, okay? Ich wusste, ich war ein Idiot. Rex. Aber ich... Ich konnte dich nicht überlegen. Ich wollte dich sicher. Du bist doch klare Ansage, Mensch. Das ist doch klare Ansage, Mensch. Äh, tschüss! macht sich schlauer irgendwie ich meine ja bloß und dann und meine aufnahmezeit ist eigentlich vorbei aber ich kann natürlich nicht mittendrin spaß ich kann es ja so nicht aufhören ich muss ja zumindest gründen können aber es läuft auch noch nebenbei aha alle beide Blades born with a terrible power strong enough to destroy the world malos is another Aegis long ago there was a man who climbed the world tree hoping to make it to Elysium and meet his creator but when he arrived at Elysium he found it empty so instead as proof that he had reached that divine realm he brought back two core crystals malos me and once he made it back to all rest he awakened malos why he did it I can't say for greed for power or perhaps when malos awakened he wielded his world-shaking power without restraint to him it was natural he had never known anything else I was awakened by a driver it was determined to stop malos's rampage so malos and I fought I fought with all my mind and succeeded in defeating malos mit einem riesigen Gundam not without a price three great titans fell in struggle after the battle I sealed myself away to ensure that power would never be unleashed again I took the form you see now and fell into a long slumber that was 500 years ago the Aegis wall the man who awakened Mithra was Adam hero of the lost kingdom Adam fought as Mithra's driver to protect the world from Malos we titans played our part in that battle too we titans played our part in that battle too it is our calling to live alongside humanity after all gramps Adam hid Pyra's sleeping body inside a great ship and sunk her to the cloud seas floor where none could abuse her power up next to the cloud that day that's the ship that we that's how Pyra and I I believe it was fate that we met each other otherwise my sister would never woken up you call it your sister Mithra and I used to talk together in that dream of Elysium where you met me we promised that when we were awakened again we'd go home to the real Elysium and then we would fulfill our real purpose and that's defeat in Malos again once and for all would I say Tja so ging das die Adelstück offenbar wirklich aus konnte ich ja keine ahnen bis dahin so lange lange sich fänden ich hab's wenn man die erstmal hat dann hat man sie im spiel und wieder weg I'm very sorry about Mithra she didn't mean all that you have to understand she came out because she wanted to protect you she broke her own seal for you even used her power as the Aegis the flame powers I use are just a shadow of her strength and that's why we didn't want to be a full energy trickling through the seal don't worry about it she was right this was all my fault I'm just glad that you finally managed to open up a little also thank you for protecting everyone I mean protecting me ach Rex your powers are incredible I could feel the truth behind the legends I'm sorry I I'm sorry I you apologize a lot you know that I guess you still feel guilty about the Aegis power right but I don't want you to have to apologize anymore I hope I can help you move past that I I know I know I can I know I can Rex hey Power depends on the heart of its wielder that's what Vandum said That's why your power is the power to protect The power to keep everyone safe and smiling I want to do the same I'm gonna be the kind of driver who can protect you in turn I promise make a girl cry that's not gonna fly make a girl smile you pass the trial okay that's the third rule of the salvager code yeah rex rex can you help tora with repairing a puppy please okay i'll be right there rex ist auch nicht ihr schuld, der kann doch mit verschiedenen gar nicht was für den Abendessen? wie klingst der Meeple-Pot-O-Fur? lecker, ich kann nicht warten ok das ist mein rex der niemals verliert seinen Schmerz und das ist was wir alle gehen so wie Fiora damals ich erinnere dich an Adam, denkst du? au nun ja ähm, schwere Vergangenheit, es tut einem auch ein bisschen leid und so äh, sehr grenzt, natürlich wie du zu Elysium hm das ist ein Blades-Werp, oder? wer ist sein Schmerz? der Mann, der einmal mein Schmerz war dein Schmerz? hm? aber dann... da hat er eine... und so... klinger ist stimmt cool das war der Mann, der Herr Eater ähm A long time ago, before the war, some sought to test the limits of Blade's potential. I am a product of their experiments, one of the unlucky ones who was tainted by their folly. Why would ancient people do that? It seems that by combining Blade and Human, it is sometimes possible to create Blade's with extremely unique powers, but only very rarely. Most experiments were failures, and I was no different. I gained nothing at all, and lost my immortality to boot. I likely won't last much longer. Before I go, I want to see where your path ends. That dagger will aid you. Will you do this for me? I mean, I don't know if it's done it, that he is now Flash-Eater or... Of course. Oh, but can I ask you to do something too? Namely... I was wondering if you could write a play about Van Damme. About Van Damme? Yeah. I think... His story could inspire a lot of people. Once I find Elysium, I'll come see you again. Show it to me then? An interesting notion. Perhaps that is the least I can do. That's what I do. Very well. I'll do it. So see you make it back here in one piece. Understand? Absolutely. You have my word. Läuft doch bei uns. Oder wat? Wir trinken was, liebe Leute. Einfach so, weil ich kann. Ekelhaftes Wasser. Ach. Ich glaube, eine Sequenz kommt bestimmt noch, weil ich habe immer noch keine viele dritte Split freigeschaltet. Das müsste eigentlich noch mal kurz erklärt werden, schätze ich. Ah ja, natürlich. Bleh.